Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir, das ist der erste Video, das erste Vlog auf meinem Kanal. Und zwar bin ich jetzt im Osten, genau genau im Parchim, mal Adrian und Kate besuchen, Kate und Michelle sind gerade da drinnen in der Tanzstelle. Cola kaufen, damit wir sie trinken haben. Wir wollen gleich mal an den Fluss gehen und ja, es ist jetzt 21 Uhr, wir sind eben angekommen. Ja, ich habe gesagt, da wir jetzt nur zwei, drei Wochen hier sind, machen wir da doch einfach mal ganz viele Videotage davon. Und ja, bleibt einfach dran und wir sehen uns gleich am Wasser. Wir versuchen die Wodkaflasche auseinander zu kriegen. Ach Mädels, zieht doch einfach mal! So ist das hier. Was macht ihr denn da? Papa Max! Papa Max! Wadies! Wadies! Ja, warte mal! Wadieschen! Fächer, Ali! Wadies! Links! Rechts! Links! Gehen! Links! Wadieschen! 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 Die Tankstelle, die mysteriöse, die einzigartige Tankstelle! Sie hat den Tabak vergessen! Waldbereite Hunde! Ja, wir waren jetzt gerade nicht am See. Wir haben uns das auch anders überlegt. Müsst ihr zu Hause? Weil ich plute! Ähm, hab mir den Finger geschnitten. Ne? Ja. Finger geschnitten, Idiothals. Pech gehabt wie gesagt, ne? Ja. Wer nicht mit Messern umgehen könnte, sollte es lassen. Und was sagtest du vorhin so schön? Messergabel schere nicht, ne? Ja. Das sind keine Kinder, ne? Gar nicht lustig. Ne, ähm, ich hab mir mit dem Messer auf den Knochen geschnitten oder so. Wollt jetzt mal nach Hause ein Pflaster drüber machen. Aber Hauptsache, da ist ein Teddy drauf. Ja, ich hab hier ein Teddy, alles klar. Wir haben keine Ahnung. See wird dann wohl verlegt auf einen anderen Tag. Morgen. Wenn das Wetter misst, geht morgen. Morgen. Morgen, See? Morgen. Morgen. Morgen, dann auch mit den Kindern. Äh, wo sitzen wir jetzt hier überhaupt? Im Pfeilchen. Am Sammer See, hinterm Bahnhof. Hier sind Bahngleise. Die alte Saufnase ist nur am Saufen. Prost. Jo. Kommt ein Auto. Schön. Kann auch vorbei fahren. Kommt aus Dützschu. Hm. Oh, jetzt sind hier drei. Dützschu? Wie ist denn das Dützschuer Kennzeichen überhaupt? Auf PCH. PCH? Ja. Ich höre dann keine Sprache. Sie hat genau ein Wort. Sie kennt genau eins. Na, na? Dützschu. 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 Morgen ist meine Haut im Büsch. Dützschu. Fack. Oder morgen. Genau. Ich probiere mal.